Meine Kinder, bittet, dazu rufe ich euch auf. Mein Kind, mein liebes Kind, sage heute unseren Kindern, sie mögen beten. Im Gebet liegt die Kraft, die ihr braucht, meine geliebten Kinder, um diesen Tage der Endzeit zu durchstehen, um Halt zu finden in uns, in Gott, in meinen euch so sehr liebenden Sohn, und um all diese grausamen Übertaten, in schwarzen Messen, herbeigerufen, abzuwenden und Frieden in die Herzen derer auszugießen, die keinen Frieden haben und Frieden für eure Welt zu schaffen, die in Kriegen zu eskalieren droht. Meine Kinder, bittet, dazu rufe ich euch auf. Amen. Eure euch liebende Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.